Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Life is Strange. Wir sind gerade hier im Büro und haben die drei Files von Kate, Nathan und Rachel gefunden. Und jetzt würde ich sagen, reden wir mit Chloe. Das ist ein BAD sign. Nathan Prescott III. Oh, he ist so money. Und du wissen, die Preskotts dropped Major Bank zu bury Nathan's real file. Look, es ist wie ein Rappsheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. Aber ich war Expelle. At least Nathan war endlich suspended. Check out that note. Open it. Es ist ein crazyer Drawing. Es ist nicht ein Drawing. Look. Rachel in the Dark Room. Rachel in the Dark Room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. That's pretty cryptic. No, it sounds like they form some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wowzer. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's five thousand dollars here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Ich habe gewusst, dass das jetzt eine Entscheidung ist. Ach Gott, ich hasse das Spiel für das, diese Scheißentscheidungen. Aber es ist auch hammergeil. Okay, wenn wir das Geld hier lassen, könnte Frank Chloe richtig hart... Ich meine, er hat unsere Waffe. Leider. Das ist auch unsere Schuld gewesen, mehr oder weniger. Oder halt... Ich wollte ihn halt nicht umbringen, aber... Gut, wenn wir es nehmen, kann Chloe Frank bezahlen. Und eventuell können wir es sogar... Wobei, Nathan ist nicht in der Schule. Nathan ist nicht in der Schule. Er ist ja suspendiert. Das heißt, wir können ihm nicht den Diebstahl anhängen wahrscheinlich. Oh Mann. Aber wenn wir das Geld mitnehmen, könnte es natürlich sein, dass der Direktor dann uns eventuell sogar verdächtigt. Chloe wird er wahrscheinlich nicht verdächtigen. Ich meine, warum? Oder wurde sie von irgendjemandem gesehen? Ah ne, vielleicht aber Victoria und Mr. Jefferson, die vor zwei Parts aus der Schule gekommen sind. Ach. Leck mich doch am Arsch. Ganz ehrlich, ich gehe dem Credo nach, dass ich bei fast jedem Spiel mache. Ich bin ein ehrlicher, guter Charakter. Also lassen wir das Scheißgeld da. Ich weiß, dass ihr Geld von der Handicapfonds verdächtet habt. Ich weiß, dass ihr Geld verdächtet habt, aber... Ich habe meine Macht, um dich zu retten, richtig? Es gibt viel Macht in diesem Hörschöken-Wad von Geld. Aber ja, Moral Max ist wiederum. Ich glaube. Ich weiß, wir gehen die Hölle aus dieser Office, Morg. Naja, aber jetzt stell dir mal vor... A, es ist für ein Handicap-Fund, also für gehandicapte Leute. Und es könnte auf uns zurückfallen. Also von daher, raus hier. Ich glaube, ich bin ein guter Influenz auf dich. Oh Gott, das Spiel ist schon geil. Aber die Entscheidungen... Machen mich fertig. Wir sind in der Otter's Lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls night out, so I better follow her evil plan. Ich denke, das wird jetzt hier, genau hier an dieser Stelle schief gehen. Aber bitte, mich fragt ja keiner. Go Otters. Go Otters, okay. Was soll denn das heißen? Ach so, die Otters sind ihr Schwimmteam. Ich verstehe das erst. Lifeguard. Ne, da wollen wir nicht rein. Und Ed? If only I could solve the mystery of the missing catpicks. Was? Missing catpicks? Packpacks? Okay. Okay. Was ist das für ein Scheiß? Egal. Na gut, hier sind nur so Sachen, wie vermisste Sachen und so. Hier sind nur so Sachen, wie vermisste Sachen. Ja, so Anzeigen haben sie das gesehen. Boys or Girls? Hm. Hm, 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 hm. Also ich schätze mal, warum überhaupt? Warum überhaupt? Ich dachte, Loint Locker Rooms sind doch einfach Spindräume, oder? Keine Ahnung. Oder sind das zwei verschiedene Pools? Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Ja, Locker Rooms sind ja nur so, sind quasi, oh, oh, nein, 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 nein. Das ist Nathans Jacke. Das ist Nathans Jacke. Ich will auf jeden Fall Nathans Nacke, Nacke, genau. Nathans Jacke anschauen, mein Gott. Weil, äh, erstmal die Jacke. Falls da nichts Gutes ist, geh, Spule, nochmal zurück und geh in den Girls Locker rum, aber... Boys, of course. Figures. Perf. Let me check to see if the pool is heated. So. Ist ja in der Seite irgendwas? Ja, hier ist auch irgendwas. Hier ist das wahrscheinlich von Victoria, aber sch... Ach Gott, ich geh da jetzt erstmal hier rein und schaum... Ach so, das ist das Nathans Jacke? Ich glaub nicht. Auf der anderen Seite haben wir die Chance, Victoria vielleicht zu überführen. E-Zigaretten, okay. Oh, Warren's Locker. Oh, ist das eine Fotomontage, glaub ich. Ja, von den Schattenwürfen und so, glaub ich, ja. Das hat aber keinen Influenz auf irgendwas. Zack ist wirklich interessiert. Wann weiß ich, was passiert, wenn ich hier bin? Ist das... Ach so, Victoria Chase. Äh, hey, I think, but... Hey, thinking bad things about you. Cool, what are you wearing? Just my crystal necklace and phone hot. What are you wearing? Äh, I'm in luck. I'm in luck or only wearing a jersey. Was ist... Was ist nochmal ein jersey? Ist das ein Overhand? Ich weiß es gar nicht mehr. Sitting on my football. Oder ist das eine Jersey-Unterhose? Ich weiß es nicht. Oh, das ist Jersey. Und Nathans Locker. Sehr gut. Oh, Drugs. Das ist aber kein Effekt. Das ist... Graffiti, Graffiti. Alles ist schlecht. Oh, Moment. Wer ist das nochmal? Logan? Wer ist Logan? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich sollte das eine Evolution betrachten. Oh, ist... Äh, da, I know, I'm a... I'm an A-Hole. Ach, ist das, äh, Juliets Freund, der sie betrogen hat, oder? Ach Gott, ich bin ja noch richtig Pro hier. So, okay. Jetzt rewinden wir und schauen, was im Girls' Room ist. Oh, nein, das ist schlecht. Nein, ich wollte doch gar nicht... Nein, ich wollte echt nicht. So. Boys or Girls? Ah, jetzt gehen wir Girls. Ist ein bisschen A-Achso, ne. Girls, of course. Girls. Uh-la-la. Let me check, to see if the pool's heated. Warum sagt sie Uh-la-la? Ich meine, wir sind Mädchen. Also, ich jetzt hier, der Typ vom Mikro nicht, aber ich meine, hier die beiden Hauptfiguren, also Hauptfiguren, also Hauptfiguren, ja, sind eigentlich beide Hauptfiguren, alle von da, ja. The wit, it burns. Others eat Beavers. Oh, wahrscheinlich ein gegnerisches Schwimmteam heißen Beavers. Oh, weed. Weed. Was Chloe here? Sekunde, ich möchte nochmal ganz kurz schauen, was sie noch... Oh, wir haben hier noch eine weitere Seite. Blöp. So. Eine Jacke mit einem Fotoapparat, aber das ist ein Typ. Das ist nicht nur die Jacke. Dann ein Vogel. Okay. Alles klar. Oh, Kate's locker. Ein Bus-Ticket? Wollte sie weg weg? Wie Rachel Amber? Wahrscheinlich wegen Nathan. Und zwar wahrscheinlich sind beide wegen Nathan weggerannt. Ihr mieses Arschloch. Flippers in a swimming pool? Are they training Navy Frogmen here? Aber vielleicht. Those look like the most cozy comfy towels in Towel-History. Want? Wer ist es? If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. Na, könnt ihr mal... Wobei. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange schwimmen schon ein anerkannter Frauensport ist. Wer ist das hier? Brooke. Moment, wer ist Brooke? Eine Socke. Das ist immer die Frage. Wer ist Brooke? Also, Juliet würde ich jetzt hier verstehen, aber wer ist Brooke? Halt, Moment. Ist das vielleicht sogar Juliet's locker hier? Das sind so musty-ass old shirts. Yuck. Na, keine Ahnung, ob das Juliet's locker ist. Steht nicht, aber... Moment, sind das hier drei Gänge? Nein, das sind nur zwei. Okay. Äh, buh. Brooke. Oh, ist Brooke nicht die mit den blauen Haaren? Die etwas fülligere? Okay, der American Drive-In Theater. Ach, Drive-In, die meinen nicht sowas wie ein McDonald's Drive-In, sondern so ein Autokino. Gott, das habe ich jetzt erst gecheckt. Ich bin so ein Idiot. So, Graffiti. Victoria Chase Rules. This isn't a desperate drive for attention or anything. Ich frage mich, ob auf der anderen hier, also im Boys Locker Room, da dasselbe mit Nathan stand. Und es wäre irgendwie schon heftig. Ist hier irgendwas? Oh. Ja, natürlich. I hope so, friend. Rachel abides. Rachel kommt zurück, glaube ich, heißt das. So circa in der Bedeutung. A miracle to save Kate would have been nice. Dear Kate. Dear Kate, I don't care. God. Oh, shit, ja. Da ist jemand böse auf Kate. Zu einer Toten, ich meine, das ist ja das Allerletzte. Das war sicher ein Nath. Wobei, wahrscheinlich war es Victoria. Sorry, Rachel. Oder ist wirklich auch ein Perversling und stiehlt sich ja nachts rein in den Girls Room. Ich meine, gut, wenn wir das jetzt sagen, wir waren vorher in den Boys Room. Egal. So. Ähm, hier war es. Soap Dispenser. Oh, pink goo. Ich sehe, warum jeder seine eigene Soap bringt. Hallo, gaule. Du wünschst, Max. Du siehst nur wie ein Snoop. Snoop. Snoop Dogg, oder was? Das sind die... Sind das die Duschen? Ja, aber das sind tatsächlich Duschen. So. Oh. Oxygen Kit. In case I run out of air, I know where to come. Okay, vielleicht... A re... A re... Was? Rescue? A rescue board. I don't think anybody has ever drowned here. I hope. Okay. Oh, das ist die Boys Seite. Okay, das heißt, wir können hier trotzdem... Max Caulfield. Moral Avenger. Or... Self-righteous Hypocrite. Needs a baby daddy. Okay, was? Warum kann ich das nicht anschauen? Ich kann nochmal alle Graffiti anschauen. Hm, es ist nett, zu wissen, dass Victoria etwas außer sich selbst liebt. Okay. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, das ist nämlich ein bisschen gar heftig. Max ist ein Fema-Nazi, okay. Willkommen in 1950. Ah, vielleicht eher 1940. Ich glaube, du machst das. Ich liebe Warren Graham. Ge-Gay-Ram. Oh, Warren wurde verarscht hier in Boys Locker Room. Hier haben wir ja schon alles angeschaut. Von daher... Alles okay. Gut, dann würde ich sagen, geht's los, oder? Nächtliche Schwimmrunde. Wobei, ich schaue mich hier noch einmal schnell außenrum. Schnell außenrum, außenrum um. Wie auch immer. Diese Ketten für Absperrungen für diese Spezie... Oh, Gäste-Liste. Für was? Looks like I'm the Vortex Club Bouncer. Decisions, Decisions. Remove Name, Add Name. Remove Names? Wen denn? Oh, I'm sorry. Your Names are not on the list. You'll have to eat shit now. Oh, ne, ne, ne. Das ist schlecht, weil eventuell ist das irgendwann ein Beweisstück für die Polizei, wer Kate umgebracht haben könnte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Nathan oder so wegstreichen, wahllos, dann kommt der am Ende davon. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich add und remove da nichts. Es gibt wahrscheinlich da wirklich viele Sachen, die daraus resultieren können, aber... Ja, ich werde das Spiel auf jeden Fall irgendwann nochmal durchspielen mit einer Komplettlösung, die mir sagt, was war was macht, aber bei meinem Blind Playthrough im Let's Play mache ich das natürlich nicht. So, Chloe. Okay, wo ist hier Light? Hm. What is this? A Pooltoy. Hey, jetzt komm schon. Nee, sicher im Wasser ist es nie. Wer Jaws nicht gesehen hat, beziehungsweise auf Deutsch heißt der Weiße Hai, der weiß das. So, und wo ist jetzt hier bitteschön, wo soll die Lichtquelle sein? Können wir dann vielleicht von da oben springen? Ich weiß es nicht. Das hier sind zwar Licht, aber nicht diese Art von Lichte. Jetzt ganz ehrlich. Poolbeleuchtung, hallo? Oder ist das vielleicht gar nicht hier, sondern außen? Oder naja, hier im Lifeguard Office wahrscheinlich. Und ne Tasse natürlich. Warum ist da Kaffee drin, mitten in der Nacht? Otters. Oh, und ich, ich, ich kenne mich bei Schwimmen null aus. Das ist wahrscheinlich einer der Sportarten, wo ich mir am wenigsten auskenne, aber ich habe mir ehrlich gedacht, dass, wie in den meisten Sportarten, das auch getrennte Geschlechterteams sind. Aber scheinbar nicht. Aber gut, Schwimmen ist, glaube ich, nicht so ein verbreiteter Sport wie Fußball, dass ich das auszahlen würde. Don't even think I'm gonna make a move on you. Oh, sind das so, äh, Überlebens, äh, so Schwimmbretter auch? Oh, switch on. Sehr geil. Aber wir schauen erst mal noch hier. Was ist das? So, der große Plan ist, winnen. Erstens, ach so, die, wobei 2013 war doch schon längst. Von daher, go, 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 jetzt machen wir das Licht an, komm. Und ich würde sagen, äh, ja, das geht eigentlich ziemlich gut. Beim nächsten Mal werden wir dann schauen, äh, ob wir mit Chloe zusammenschwimmen oder ob wir sie einfach nur anschauen oder, keine Ahnung, irgendwas. Nächstes Mal gibt's dann auf jeden Fall Pool-Action. Und bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Life is Strange.